Fritz Semmelmann war ein deutscher Fußballspieler, der als Aktiver der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure an den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne teilgenommen hat. Laufbahn Mit der Spielvereinigung Bayreuth gelang dem herausragenden Außenläufer Fritz Semmelmann erst in der Saison 1953, 54. der Aufstieg in die 1. Amateurliga Nordbayern. Persönlich hatte er schon im Jahr 1953 mit der Verbandsauswahl Bayern den Amateurländerpokal in Hannover mit 5 zu 2 Toren gegen Niedersachsen gewonnen. In den Jahren 1954 und 1955 stand der gelernte Zimmermann noch zweimal in den bayerischen Siegerteams des Amateurwettbewerbs. Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden errang Semmelmann mit der SPVGG Bayreuth die Wietzenmeisterschaft, bevor er mit 31 Jahren in der Saison 1958, 59. als Meister den Aufstieg in die 2. Liga Süd vor den Stadtrivalen FC und VfB feiern konnte. Nach dem ausgezeichneten 5. Platz im Debüt erstieg die Spielvereinigung mit dem Routinier Semmelmann in der Runde 1961, 62. aus der 2. Liga Süd. Ab und er beendete mit 34 Jahren seine Spielerlaufbahn. Am 29. April 1953 debütierte der Landesligaspieler Fritz Semmelmann aus dem oberfränkischen Bayreuth in der Amateurnationalmannschaft beim Spiel in Linz gegen Österreich. Es war das erste Spiel für die Amateure nach dem Olympischen Turnier 1952 in Helsinki. Nach Toren von Zeidler, Schröder und Klug gewann das DFB-Team mit 3 zu 1 Toren. An der Seite von Mittelläufer Herbert Schäfer und Spielführer Hans Eberle sorgte Semmelmann für die Stabilität in der Abwehr. Bundestrainer Sepp Herberger führte im Mai 1953 während der Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft Sichtungslehrgänge mit 3 Testspielen gegen das englische Profiteam Boltenwanderers durch und hatte dazu auch den Neuling der Amateurnationalmannschaft eingeladen. In allen drei Begegnungen in Regensburg, Berlin und Düsseldorf testete der Bundestrainer den Bayreuther auf der linken Läuferposition. Zusammen mit Gerhard Happers und Herbert Schäfer bildete er zweimal die Läufereihe. Zum Abschluss des Lehrgangs wurden Anfang Juni noch zwei weitere Spiele gegen deutsche Auswahlmannschaften durchgeführt. Am 4. Juni trat die DFB-Auswahl in Augsburg gegen Süddeutschland an und am 6. Juni in Berlin gegen eine dortige Stadtauswahl. Auch in diesen Testspielen bildeten Happers, Schäfer und Semmelmann die Läufereihe. Zum Abschluss des Spieljahres 1953 folgte der zweite Einsatz in der Amateurnationalmannschaft am 13. Juni beim 1 zu 0 Erfolg gegen Frankreich in Wuppertal. Im September 1953 Deutschland trug WM-Qualifikationsspiele am 19. August, 11. Oktober und 22. November gegen Norwegen und das Saarland aussetzte Herr Berger den Amateur bei einem Test einer DFB-Auswahl gegen eine Schweizer Auswahl am 2. September in Konstanz in der zweiten Spielhälfte für Richard Gottinger ein. Im Jahre 1954 trug die Amateurnationalmannschaft nur ein Länderspiel aus. Am 30. Mai in L'Envi gegen Frankreich, Semmelmann agierte auf seiner Stammposition des linken Außenläufers. Im Juli 1955 war der Oberfranke Teilnehmer eines Nationalmannschaftslehrganges in der Sportschule Grünberg. Er bestritt alle drei Länderspiele der Amateure im Jahre 1956, darunter auch das einzige Spiel während des Olympischen Turniers in Melbourne, das am 24. November 1956 gegen den späteren Olympiasieger Sowjetunion mit 1 zu 2 verloren wurde. Am 6. März 1957 stand der Amateurspieler aus der 1. Amateurliga Nordbayern sogar in der B-Nationalmannschaft beim 4 zu 0 Sieg in München gegen Österreich. Zusammen mit Karl Borotha und Rudi Hoffmann bildete er dabei die Läufereihe. Helmut Rahn steuerte zwei Treffer zum Sieg bei. Am 27. März kam er zu seinem zweiten Beländer-Spieleinsatz. Die Spieler kamen komplett aus den Oberliegen, Tilkowski, Mäcknig, Keck, Borotha, Hesse, Klott, Jagielski, Glomp, Heinrich, Müller und Siedl. Nur Semmelmann spielte in der 1. Amateurliga Nordbayern. Herberger nominierte den Amateur nach den überzeugend verlaufenden Einsätzen in der B-Nationalmannschaft sogar für das vorläufige Aufgebot zum Länderspiel der A-Nationalmannschaft am 3. April 1957 in Amsterdam gegen Holland. Es folgten die Einsätze 7 und 8 in der Amateur-Nationalmannschaft am 15. und 19. Mai 1957 und die erneute Aufnahme in das vorläufige Aufgebot. Der AL für das Länderspiel am 22. Mai in Stuttgart gegen Schottland. Die Saison 1956-57 endete für Semmelmann mit Einsätzen am 20. und 29. Juni 1957 in weiteren Auswahlmannschaften des DFB. Am 20. Juni spielte er in einer B-Auswahl gegen eine A-Auswahl und am 29. Juni in Karlsruhe in der süddeutschen Auswahl gegen Norddeutschland. Er bildete mit Karl May und Werner Hesse in Karlsruhe die Läufereihe des Südens, der selbstverständlich mit einer Oberliga-Auswahl angetreten war. Die Ausnahme bildete der Ausnahmefußballer aus Bayreuth. Damit endeten die Berufungen des Amateurs in den Kader der A-Nationalmannschaft. Er wechselte partout nicht in die Oberliga und mit Horst Zümaniak hatte der Bundestrainer einen neuen Leistungsträger auf der Position des linken Läufers gefunden. Mit seinem 11. Einsatz in der Amateur-Nationalmannschaft am 7. Mai 1958 in Gelsenkirchen beim 5-1-Erfolg gegen Curaçao beendete Fritz Semmelmann seine internationale Karriere.